Warum sollte ich beim Einkaufen auf das FSC-Zeichen achten? Wer heute unzertifizierte Holzkohle aus Namibia kauft, fördert möglicherweise widrige Arbeitsbedingungen sowie die Ausbeutung der Natur und bedrohte Arten bei der Buschernte. Um sicherzugehen, dass bei der Holzkohleproduktion in Namibia Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden, gibt es das Zertifikat des Forest Stewardship Council, FSC. Achte beim nächsten Einkauf auf Produkte mit dem FSC-Zeichen. Bis zum nächsten Mal.